So, offensichtlich hört man mich nicht gut, deswegen schreie ich jetzt mal. Dr. Wakeup fragt, YouTube-Christen sagen, dass Christen nicht wählen gehen sollen, weil sie sonst keine Christen seien. Was sagst du ihnen, damit du sie überzeugst, dass sie dich wählen? Also ich halte es für völlig abwegig, einem Christen vorzuschreiben, was er zu tun und zu lassen hat. Ich bin selbst Christ, aber ich bin weit davon entfernt, auch andere zu zeigen und zu sagen, das darfst du nicht nach christlichem Glauben, sondern wer von uns ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Diesen Satz gibt es auch und das ist immer sehr wichtig, in diesem Zusammenhang zu sagen. Es liegt also mir fern, irgendjemanden zu verurteilen, jeder muss wissen, was er tut. Und ich glaube, dass es durchaus wichtig ist, auch gerade in Verteidigung des christlichen Glaubens AfD zu wählen und unsere Partei zu unterstützen, denn wir treten ein für die christlichen Werte, die es gibt. Wir treten ein für unser Kulturgut, unser christlich-jüdisches, das wir eben auch haben. Wir treten ein für die humanistischen Werte. Wir treten ein für übrigens Menschenwürde und auch Hilfsbereitschaft. Aber wir sehen eben auch, dass diese Menschenwürde und Hilfsbereitschaft Grenzen hat. Und es hat nichts mehr mit Hilfsbereitschaft zu tun, wenn Leute bewusst aufs Mittelmeer schippern, um dann ein Luxustaxi per Schlepperdienst sozusagen nach Europa zu bekommen. Das hat nichts mit Hilfeleistung, das hat nichts mit Barmherzigkeit zu tun, sondern das ist ganz einfach nur ein Ausnutzen einer Lage. Und das ist auch von der anderen Seite her ein deutlicher Bruch des Gebotes, nämlich, dass man kein falsches Zeugnis ablegen solle wie der seinem Nächsten. Insofern, jeder ist für sein eigenes Seelenheil verantwortlich. Da möchte ich nicht mit reinreden. Ich mache Politik so, dass ich jeden Abend, wenn ich nach Hause komme, in den Spiegel gucken kann. Ich habe mir vorgenommen, gerade eben auch die christlichen Werte zu respektieren. Das bedeutet auch, dass ich nicht lüge. Das bedeutet auch, dass ich manchmal anderen in den Vortritt lasse, auch wenn es mir schwer fällt. Das betrifft viele Dinge, die man an verschiedenen Stellen nachlesen kann. Und das ermöglicht auch mir, nach wie vor vor Gott zu treten mit einem recht reinen Gewissen. Man bleibt nie ganz sauber in der Politik. Ich glaube, das ist gar nicht möglich, aber man bleibt zumindest in dem Rahmen sauber, wo man sagen kann, das kann ich vertreten und das ist okay. Und das ist zumindest mein persönlicher Ansatz. Und ich weiß, dass es der Ansatz von vielen, vielen, vielen Menschen bei uns in der Fraktion ist. Und deswegen, gerade als gläubiger Christ kann ich, glaube ich, durchaus sagen, dass hier sehr viele Menschen bei uns in der Partei sind und gerade in der Fraktion sind, die diese Werte auch nachhaltiger und glaubwürdiger vertreten, als das Politiker der anderen Parteien tun. Auch wenn wir keine dezidiert christliche Partei sind. Aber wie gesagt, die Tatsache, dass wir sagen, wir wollen ehrlich bleiben, wir wollen die Wahrheit sagen und wir wollen halt auch so handeln, wie es wirklich auch aus rationaler Sicht, aus vernünftiger Sicht geboten ist. Das ist ja auch gerade in der Wirtschaftspolitik so. Das ist eigentlich unsere Aufgabe und das ist unser Ziel. Und deswegen kämpfen wir hier mit Ehrlichkeit und mit Wahrhaftigkeit. Und wer im Internet sagt, Christen sollten das und das tun oder das und das nicht tun, ehrlich gesagt, der hat, glaube ich, das Christentum nicht verstanden. Vielen Dank, Boah.